hallo leute zum ersten mal eben drüber fahren und hier werden wir eure fragen beantworten und du hast gesagt mit mir und dem bär oder nein ich habe gesagt mit felix den trillux und mir den bär ok passt erzähl doch ein bisschen mehr hier beantworten wir eure fragen und wenn ihr fragen fürs nächste video habt dann schreibt ja in die kommentare also ihr habt gestern bestimmt schon unser dadeln und aufmachen gesehen das ist im prinzip genau dasselbe nur dass wir hier halt keine kisten aufmachen und einfach mal ein paar eurer kommentare einblenden und ein paar fragen beantworten wenn ihr welche habt und ja ich würde sagen fangen wir an zu suchen auf geht's dadeln und nicht aufmachen haben nämlich überlegt wie wir die serie nennen wir jetzt einfach mal was haben gesagt mal eben darüber fahren also gehen auf den public und fahr mal eben drüber haben wir noch so vorschläge wie dadeln und nicht aufmachen eins haben das ist irgendwie ein bisschen kacke ja du kannst gerne anfangen zu suchen ja habe ich suche schon Ali ja Ali ist nicht schlecht ja wenn wir können lassen wir alle terror gehen ja das ist nie geld also so recht auf den operation dingern da hast du echt nie geld juni kommt neue alter alles tt juni oder juni ich kann nicht mehr tt juni warte ich guck mal ob ich noch ct kommen kann ja ich bin ct ja du auch ja jawoll nice auch direkt nächster oh da können wir dann lassen wir favela machen favela please favela oh bast kann nicht mehr voten kacke ja favela go man als ob die dich alle kennen das ist doch lächerlich bitte favela bitte 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 und ich glaub's nicht als ob sie da übelste nein ja dann lass cut ja ist egal bleiben bei cash Mann der ist schon wieder das ist halt jung das hast du doch gestellt man du schreibst du mal einen von deiner liste an geh mal auf den public und wenn ich drauf schau dir dann so du Trilux oh mein Gott nein nein ich geb dem 5 euro dafür ich glaub's nicht ich würd sagen dann fangen wir direkt mal mit fangen wir erstmal mit der ersten frage an da fragt der daten 119 ob wir die m4 a1 oder die m4 a4 bevorzugen ja m4 a1 s ohne schallie und warum warum ohne schallie vor allem weil du Gott bist ja weil ich das nicht mache man m4 naja so kommt drauf an aber zurzeit m4 a4 bei mir ist das genauso ich mag die schallie m4 einfach nicht weil ich mehr so ein aggressiver spieler bin und wenn dann irgendwie vier oder fünf leute vor dir stehen dann kannst du mit der m4 a1 s einfach nicht so viel machen weil du eben nur die 20 schuss hast das stört ein bisschen an der m4 a1 s also ich mein wenn du so ein defensiver spieler bist der sich oft irgendwo hinter versteckt dann ist die schallie m4 auf jeden fall besser meine ich ja manchmal geht geil rein mit der ja mit der geht auch gut rein aber ich kann mit der m4 a4 besser ja welche spielst du felix ich finde beide gut warte mal kurz ich muss dich mal kurz einer war kurz glaube ich noch oder ist das ne decoy oh ne brett ja war kurz shoutout an crispy a capricorn von 2 glaube ich noch einer ne der andere main oder Tür der ist Tür raus der ist Tür raus hinter y vielleicht schon ja der andere main raus oh ich hab lex ich muss mal einen holen gefused arvin red yeah also alle m4 a4 eigentlich ne recht spiel ja ne ahnung der schussvorteil ist krass zehn schuss mehr oder weniger ist halt wichtig manchmal und ich dachte immer die haben halt weniger schuss bei der silence reingemacht weil man mit der besser trifft aber so viel besser ist auch nicht ne ist eigentlich gleich das ist kein sexvideo alter was geht wegen bots das ist ja ein richtig heftiger spieler Ja, ich, 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 kurz noch Ja, bitte, einer Old Knife Der ist doch rechts hier unter dir, oder? CT Auto, CT Auto Ja CT Auto und Main Sorry für Flash Oh ja, sorry Main Boah, Ritter, ey Yo, warte mal, wen haben wir denn noch? Hier, Daniel Prost, der fragt Oder der möchte, dass wir ein ganzes Match Mit einem kompletten Team machen Ja, wir haben kein Team Das heißt halt, wir sind meistens nur wir drei Also, wir sind ganz selten mal fünf Leute In der Lobby, das ist ein bisschen schwer mit dem ganzen Team Aber das ist jetzt auch mal eine Frage an die anderen Hättet ihr Bock, dass wir mal so ein komplettes Match hochladen Das ist dann halt so ein 45 Minuten Video Da waren wir uns halt nicht sicher, ob Da alle so Bock drauf haben Sich so ein langes Video reinzuziehen Schreibt's doch mal in den Kommentaren Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht mal machen Gabelstapler noch einer Und was hat er noch geschrieben Und er möchte eine Steam-Gruppe für den Kanal Die Steam-Gruppe, die habe ich auch schon gemacht Die packe ich euch in die Videobeschreibung rein Also, wenn ihr da Bock drauf habt Ihr kennt vielleicht meine normale Steam-Gruppe Wenn ihr, ja, könnt ihr reinjoinen Und dann kriegt ihr dann ein Notification Wenn ihr Oder wenn ich neues Video hochgeladen habe Oh Mann, ne, da war das Trilux ist der deutsche Twidair, ja, ja, das habe ich gesehen Über Affen in der Gesicht Ja, so muss man natürlich wissen, Twidair ist auch ein Deutscher Boah, ein Bott ist nicht passiert, aber auf die Wüste Der ist dann zweisprachig aufgewachsen Man, Y Ja, Twidair ist halt auch ein Deutscher Deswegen machen wir uns halt nicht viel Sinn Der Deutsche Twidair, Deutscher Twidair, auch der der auch Deutsch ist, halt Ah, naja Das weiß man ja nicht unbedingt, wenn man nur seine englischen Videos sieht halt Also, Crispy, ich muss nächstes mal erst mistake man googeln Der spricht halt schon politisch akzentfrei englisch Dadle und aufmachen Dadle und aufmachen, ja, dass wir auf jeden Fall auch wiederkommen Will uns gerne Kies legen,�ہ Felix kommt halt aus dem Osten, der hat nicht so viel Geld für die Kiezen. Gib deine Mutter, Alter. Wenn es hier ostdeutsche Zuschauer gibt, besucht bitte mal in Libyen das Dürum Pizza Haus. Bester Döner Deutschlands, danke. Hallo, da Leipzig, seid dabei. Könnt ihr Felix oder mich treffen. Dürum Pizza Haus. Dürum Pizza, hab ich nicht. Der ist wie der Y oder so. So, ich guck mal wen wir hier noch haben. Der kleinen Walke, der fragt ob es die Möglichkeit hat mal mit uns zusammen zu spielen. Da kann ich nur sagen, guck dir den Crispy an, der hier auf dem Public ist. Also wir spielen auch auf Public mal und da könnt ihr natürlich auch reinkommen. Wenn ihr der Steam Gruppe joint, da werde ich dann auch mal so ein Announcement machen. Wenn wir Public spielen, dann könnt ihr da auch drauf kommen. Also lohnt sich auf jeden Fall die Steam Gruppe zu schalten, wenn ihr da Bock drauf habt. Jöööööööööööööö. Lass mal mit rausgehen. Boah, das ist wie Munditz. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. Weil einer gefragt hat, ob wir mal so ein ganzes Matchmaking hochladen sollen. Es gibt ja so eine Seite, die heißt StrawPole. Und da kannst du halt so eine Umfrage machen. Und da könnte ich halt im Prinzip einfach in die Comments oder so einen StrawPole-Link reinposten. Und dann halt alle dann so voten, ob die das wollen oder nicht. Das kann man machen, das ist gut, ja. Das geht dann halt relativ lange. Ja, ich könnte auch einfach so ein Comments... Ja, das ist halt die Sache. Wir brauchen halt nicht 40 Minuten Recording, wie wir gegen Hackers spielen. Ne, ne. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass alle da irgendwie so ein 40 Minuten Video sich komplett anschauen. Das ist halt die Sache. Wir können ja dabei noch ein paar Smokes zeigen oder so. Wir können ja auch mal die Leute, die das eben aus welchem Grund auch immer nicht wollen, halt mal drunter schreiben. Oder die das nicht interessiert, können wir ja mal schreiben warum und so. Also dann schreiben wir immer nur die Leute, die irgendwas wollen. Ach man, ein Hit nur. So, da hatten wir noch den Epic-Ultra-Miner. Der hatte unter dem Dannen und Aufmachen-Video gefragt, ob wir das öfter machen. Kannst du ja mal was zu sagen, Bär? Ja, also das ist jetzt die Planung halt, dass wir das einmal im Monat machen. Weil kostet auch ein bisschen Geld und so. Und könnt auch gerne Kies legen. Das ist halt die Sache, das sind halt jedes Mal 30 Euro für uns, wenn wir das machen. Und wenn ihr da seht, wir haben letztes Mal absolute Hundekacke alle nur bekommen. Wenn wir jetzt was, was wir verkaufen könnten. Ja, das ist dann halt nicht so geil. Boah, das war echt erbärmlich. Ich mein, wenn wir jetzt alle einen reinen Knife gekriegt hätten, hätten wir das bestimmt noch mal gemacht. Boah, dann gibt's im nächsten Tag gleich noch eins. Ja. So, dann haben wir noch einen sehr interessanten User mit dem Namen. Dieser Name ist so lang, dass er dich fünf Sekunden deines Lebens kosten wird. Und ja, der hat sich gewünscht, dass wir Case-Unboxings machen, derweil wir mit, oder derweil ich mit Felix und mehr Kommentare kommentieren. Das machen wir ja gerade, also sind deinem Wunsch nachgekommen. Und auf jeden Fall nochmal an die anderen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, poste es einfach in die Kommentare und vielleicht beantworten die demnächst mal. Ist der da in dem Zwischengang? Soll ich den weg messen? Soll ich mal probieren? Der steht uns close. Na, gib dir um. Warte, hat keinen zu null. Aber wenn man auf Scoreboard guckt, da zeichnet sich schon so ein Schema ab. Monko-Polizei, Alter. Wir haben halt auch gegen drei Bots gespielt, ey. Ja, gut. Weiß ja egal, das war ja eh erstmal nur so ein Infovideo oder so. Ja. Müssen wir erst mal ein paar Fragen stellen, die Leute. Ja. Ja. Immer her mit euren Fragen. Mit Kies. Bis. Ja, Felix hatte schon an Bord, war das ein Double? Ja, aber gegen Bord. Einer Schacht. Was mach ich denn? Oh, er zerrischt. Gegen einen. Nicht mal Headshot, ey. Der muss Mitte sein eigentlich, wenn ihr B durch seid. Ja. Oder der ist A, Tür rein. Ne, der ist Mitte. Alle mit Messer drauf. Messer, Messer, Messer. Messer raus. Mann. Mann, Doc West ist da. Mann. Ja, gut. Ja, Stecker-Katz. Wer ist Stecker-Katz? Wie fühlst du dich? Favela Hat sich gelohnt Hat sich gelohnt das Geld War Favela noch dranhängen? Oder das hier beenden? Weiß ich nicht, das geht auch schnell gegen die Bots Ja, das war jetzt echt nicht lang Ja, kommt nachher irgendwann Favela auch noch dran Aber dann Terror-Game Hast du noch ein paar Fragen? Nee, das waren jetzt alle schon, weil ich dachte wir hören hier noch auf Ja, vielleicht noch auf irgendwelchen anderen Videos, vielleicht noch auf deinen englischen Videos irgendwelche Fragen Ja gut, das heißt aber nicht, dass sie das hier sehen Ja gut Ja, können wir an Machen eine AStFM-Seite Ja Da kommen die richtigen Hunde-Fragen bei AStFM Hier, mit langsam Penis und so Müssen wir alles beantworten Was hast du für Kuscheltiere? Like für einen Du bist-Satz Achja, und frohe Ostern übrigens, heute ist ja Ostern Was habt ihr eigentlich bekommen? Oder habt ihr gar nichts bekommen? Ich krieg Dollar-Bills Was kriegst du? Dollar-Bills Dollar-Bills Ja, Geld hab ich bekommen Wie viel? Wie viel? Ja, dann kannst du ja mal ein paar Kisten legen und Schlüssel Ich hab 50 Euro bekommen Mach ich erstmal richtig auf Hallo Das hab ich ja nicht bekommen Ich hab einen Adidas-Shop-Gutschein bekommen Einer ist in der Pisse Ach ne, Kloake ist das hier Ne, das ist schon besser Bombe legen, wer? Erik Mann Ich will hier einfach nur ein paar Leute kennen Aber da ist halt noch einer Banane, ne Während wir hier einfach auf Haus schon durchgefahren sind Der kommt von hinten glaub ich Hast du den? Nee Natürlich nicht Boah, Brett Boah, Brett Boah, Brett Ohohoho Zwei richtige Deagle-Shots gegeben hier Wo schießen die denn überall? Was ist denn die Bombe überall? Oh, Banane noch einer Ach, Kacke Boah, das waren aber zwei gute Deagle-Bretter da gerade Der geht Haus rein oben Na, ich komme mit dem Bot Von CT Spawn Ach, du hast ja noch gar nichts gelegt Ja Oben links drin im Klo So Plänt halt mal Ja Felix ist dreißig, der geht noch mal Schöne mal B Ja, ich bin Safe-Spieler Serious Business, ja Public, ja Business Da hin So, ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal an der Stelle Weil das wird jetzt irgendwie doch ein bisschen lang das Video Jo Ja Ihr habt das Schlusswort Ja, schreibt was in die Kommentare Wir gehen dann auf euch ein Und gucken mal, was wir als nächstes starten Von Lickies Ja Alles klar Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017